Servus ihr Leute, ja der Urlaub ist rum, euren Pelzer und Tour ist wieder daheim. Wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, sind die Videos das mal nicht aus dem Palz, sondern aus Kroatien. Wir waren drei Wochen im Norden von Kroatien Urlaub machen und ihr könnt euch vorstellen, dass ich jede Menge Videos von dort unten mitgebracht habe. Ich möchte euch mal die kleine Städtelstadt da unten ein bisschen besser vorstellen und zwar fangen wir an mit dem ersten Teil. Wir waren in Novigrad und das ist eine ganz kleine Stadt, ziemlich im Norden von Kroatien. Es gibt dort nicht arg viel zu sehen, aber es rendiert sich trotzdem, das mal vorbeizugehen, wenn man wirklich mal da unten Urlaub macht. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ihr müsst euch nicht wundern, die Musik, die ich hinterlegt habe, die kommt aus Südamerika und das hat den Hintergrund, weil da unten halt jede Menge südamerikanische Straßenmusikanten sind, die Musik machen und das hat quasi den ganzen Urlaub irgendwie gezeichnet und das hat uns gefallen und darum habe ich die Musik da hinten dran gelegt. Ich hoffe, dass euch die Videos trotzdem gefallen und ja viel Spaß beim ersten Video. Und zum Schluss, wie immer, zum Wohl, die Pfalz. Ich freue mich. Untertitelung. BR 2018 Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando está ya recordando este amor que un día no supo cuidar Llorando está ya recordando este amor que un día no supo cuidar Llorando está ya grabando este amor que un día no supo cuidar Llorando está ya grabando este amor que un día no supo cuidar Música 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 La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Solo estará recordando este amor que un día no supo cuidar Solo estará recordando este amor que un día no supo cuidar Música 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 Música